Ah, guck mal hier. Ganz klasse. So ein scheiß Flak-Ding da noch übergeblieben. Ah, da kommen sie schon angeschissen. Sie sehen das, natürlich. Verstecken sich in die Wälder. Wann geht's los? Ist nichts angekommen? Wir haben keine Chance. Wir kommen hier nicht auf den Boden, weißt du ja? Wir schaffen das einfach nicht. Ich habe keine Zukunft für uns gerade. Ja. Ja. Gut gemacht, Joe. Dank dieser Basis können wir... Ja. Ah, können wir nicht. Verdammter Mist. Wir kriegen da... Komm da nicht rein, verdammte Scheiße. Halt die Fresse, du Penner. Wir brauchen das aber. Neue Einheit erstellen. Wenn ich viel eher machen soll. Nehmen wir etwas Feuerpower, Sir? Ja, Leute. Wir haben jetzt keine Ressourcen mehr. Das sind die letzten, die jetzt reinkommen. Wir müssen jetzt mit dem klarkommen, was wir haben. Und das ist nicht viel. Das ist nämlich praktisch gar nichts. Wir können eine neue Einheit erstellen. Wir sind angekommen in diesem Sektor begonnen. Oh Mann. Ich glaube, ich muss die Mission gleich normal machen, offscreen. Ich habe da keinen Plan, wie das klappen soll. Fein Säcke haben sich in den Wäldern versteckt. Ja, die haben jetzt natürlich alle Chance in der Welt, da durchzukommen jetzt. Wir legen mal den da hin. Ich bin mit 20. Ja, ich bin mit 20. 25 So, bauen wir dort So, da haben wir auch noch welche Aber wir kommen an den hier nicht ran Oh, oh Ah, scheiße Ach du scheiße Ne, zieh zurück Bringt nix Bringt gar nix Den ihr beide nicht drauf schießen Hier auf die Dinger Nein, nicht hin marschieren Schießern, 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 schießern So, verdammte Scheiße nochmal Tut mal das, was ich sage So, das kotzt mich gar nicht Aber schon so einen Hals habe ich Dass ich hier nicht vom Fleck komme Das biss mich richtig an hier Dass ich hier nichts schaffe Und dieser Scheiß Der verdammte Flackpanzer da hinten Der Hält das da hinten so dicht Dass man da nichts schafft Verdammter Mist nochmal Ich brauch den hier, so Was hab ich genommen? Doch, aufklären Also ihr slides Danke so Schnitt Das war die Ich bin Ich bin Halt, warte. Da, Feuer. Ich habe da keine Ahnung, wie wir das in den Griff kriegen sollen. Haben wir den? Haben wir den? Ne, da ist er noch. Da ist er noch. Wir haben auch keine Geldeinnahmequelle, Leute. Wir sind so ziemlich, ganz schön am Arsch. Ich schaffe das nicht, Leute. Ich schaffe das einfach nicht. So, Leute. Wir haben verloren jetzt. Kriegen wir nicht mehr hin? Ich kriege die nicht ausgeschaltet. Ich kriege nicht genug Ressourcen ran. Alles klar. Ich gehe mal offscreen. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich die Situation unter Kontrolle habe. Also bis dann, Leute. Ah, jetzt. Da bin ich wieder. So. Es sieht jetzt ein bisschen besser aus. Ich habe jetzt hier hinten diesen Außenposten errichten können. Dann natürlich, wie vorhin auch, hier diese Ressource hat eingesackt. Und diesmal habe ich die Wälder befreit. Das habe ich in Kombination mit meiner Artillerie ständig Spionage und hier zwischendurch auch gestört. Hier die Kaserne eingenommen und, naja, auch wieder verloren. So, mal schnelle Informationen. Also, soweit haben wir den Wald unter Kontrollen. Jetzt können wir ihn jetzt hier nochmal das hier wegnehmen. Und den durchfunktlich machen. Jetzt kommen wir weiter voran. Ich hoffe... Wir können hier nochmal auf jeden Fall ein paar mehr mitnehmen. So, huch. So. Alles klar. Okay, es geht voran. Ah, ich versuche, sich zum Gegenschlag zu... auszuholen. So. Die lassen wir da noch. Die lassen wir ruhig mal kommen. Hier ist soweit alles dicht, glaube ich. Das sieht ganz gut aus. Hier auch. So, wir haben das Gebäude eingenommen. Ich hätte natürlich sofort beschossen. Wir werden hier sofort Panzer hier raushauen. Und das Ding einnehmen. Schade. 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 Eine unserer Einheiten ist verdichtet. Ah, Mist. Ja, wir bauen noch mehr Fallschirmspringer an dieser Stelle hier. Auf geht's. Die Einheit gibt die Stellung auf. Die Einheit steht unter schweren Beschuss. So, wir müssen ein bisschen mehr Druck erzeugen, indem wir hier ein bisschen Scheinangriffe erzeugen. So. Wir haben können wir den Mann gerade nicht. Jetzt hier aus. Hier sind wir dicht. Okay. So, das sieht ganz gut aus. Der schnappt sich mal den Panzer hier. So. Die sich da, diese Kaserne schnappen. Einer geht zurück. Nicht alle verloren gehen an dieser Stelle. Das ist nicht so gut. Die Einheit steht unter schweren Beschuss. Wir haben ein neues Erhalt. Es sind zu viele da. Schwer heranzukommen. Viele Uns gelingt. Ganz frech hier so ein Einfach ganz frech mal hinbauen. Gucken wir, ob wir sie haben. Ach, die falsche Einheit eingekleckt. Na gut. Diese Einheit macht die ins Ding. Ausungern. So. Wo denn? Ist alles gut. Ich habe noch ein bisschen mehr Ressourcen gebraucht. Wir sollten mal versuchen, hier diese Ressourcen anzuzapfen. Dann sollten wir die Panzer nach vorne verlegen. Das können wir uns ja erlauben. Gucken wir uns eine ähnliche Strategie, wie die es getan haben. Wenn ich den Aufklärer mal hier so verlege. Zack. Hervorragend. Yeah. Das sieht doch mal jetzt ganz gut aus. Meine Güte. Auch eine schwere Geburt. Zack. Die legen wir da hin. So. So. Wir müssen noch ein bisschen schneller machen alles. Jetzt wird das gleich in Schwitzen kommen, denke ich mal. Hier noch einen Aufklärer bauen. Und hier noch mehr Fallschirm springen. Das ändert sich ja gleich mit dem Nachschub. Genau. So. Hier hin. Achso. Pass auf. Wapp. Alle hier hin verlegen. Alle hier hin verlegen. So. Zack. Abfahrt. Abfahrt. Das ist keine Brücke. Okay. Hey. Das sieht schlecht aus für dich, mein Wester. Wir werden jetzt den Panzer da ausschalten müssen. Natürlich funktioniert der Panzer. Ich komme da nicht durch. Das haben wir zerstört. Schade. Das wollte ich einnehmen eigentlich. Hier hin. Ich komme da nicht durch, solange da dieser Panzer ist. Oh Mann, dieser Panzer da, der geht mir so auf den Sack, Leute. Echt, ey. Der geht mir so auf den Pisser, dieser scheiß Panzer da. Der hat mir bisher Horden von Infanterie weggeratzt. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Move, move, move. Ah, okay. Acknowledge. Time to make a record. Fire at win. You heard the man. Catcher the target. Fire in Brimstone, Timeland. Acknowledge. Widerholen. Angreifen. Acknowledge. Throw it over like that. Neuer Befehl. Feuer auf Ziel eröffnen. Acknowledge. Throw it over like that. Assault. Feindlicher Einheit verlichtet. Ah, they won't bother you anymore. Die Rekordierung läuft. Blöds geht hier nicht mehr. Schade. Fire in Brimstone, Timeland. It's a firepower, sir. He won't be mashing time for heat. Blöds geht hier nicht mehr. Fire in Brimstone, Timeland. Fire in Brimstone, Timeland. It's a firepower, sir. Wow. Wir haben's geschafft, Leute. Wow. Alter Schwede. Missionsziel erfüllt. Es wird immer mehr. Drei Mal. Drei Mal musste ich ran. Alter Schwede. Oh. Muss erst mal. Fein. Deus. Denkst du aus. Es wird alles zerstören. Böds sieht gut aus. Mit was denn? Von dort? Ah ja, alles klar. Auf das Feuerhaus entfangen. Ah, sie wird Feuer auf den Fein. Ah, sie werden Feuer. Hey, Feuer! Bringt euch weiter! Fein! 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 ein 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 Nice M-Bomb. Ah ja, da hinten haben wir noch. So, ist doch noch nicht vorbei. Man denkt, man hat mal gesiegt, aber nein, das ist doch gar nicht vorbei. Ah, Mist. Oh, Scheiß, Bugger, den krieg ich glaube ich nicht. Die Einheit gibt die Stellung auf. Unsere Einheit wurde ausgerastet. Verluste gewählt. Das ist nun mal an, endlich. Mach nichts. Da ist noch was. Ah, haben wir es trotzdem geschafft. Okay. Hui. Wunderbar, da sind wir nun. Spielzeit 36 Minuten, wenn das mal wahr wäre. Das dürft ihr dann ungefähr mal drei nehmen. Boah. Boah. Neuer Löffel. Hui. Zack. Herrlich. Gut. Alles klar, Leute. Das war es wieder. Kleine Pause für den Steiner. Und dann sehen wir uns wieder an der Front. Bringt euren Helm mit und ja, seid bereit. Vielen nächsten Schlacht. Achso, ich bin jetzt erstmal weg. Bis demnächst. Ciao. Ah, jetzt. Da sind wir wieder. So, ich drücke mal weiter. Kurze Getränkepause gemacht. Mein Essen aufgesetzt. Ähm, das ist das große Restessen. Essen von gestern halt. Gips. Ich habe gestern noch zu viel gekocht. Das 30. Korps muss sofort nach Arnheim. Halten Sie mithilfe der 82. Nimmwegen offen und sichern Sie die Brücken für die Panzer. Die deutschen Truppen können unseren Konvoi auf beiden Flanken angreifen. Und dann wird es brenzlig. Diese Operation entwickelt sich zu einem verdammten Albtraum. Die 82. ist fast erledigt, Sir. Wir müssen Sie schnellstens unterstützen. Ah, juhu. So, okay. Was haben wir denn für Optionen? Erstmal werden wir hier eine Funkstelle aufsetzen. Dann werden wir hier Speed reinsetzen. So, dann sind wir schon mal schneller wie die. So, und dann brauchen wir ganz schnell Bauwerke. Die sind da Links, rechts. Drum können wir ihn halt. So. Das machen wir mal auf die Schnelle. So. Ich denke, wenn wir denen da gleich die Basis zerstören, haben die gar nicht. Die haben kein Hauptquartier hier. Das ist kein Hauptquartier. Ansch... Ja, guck's. So. Das 30. Korps ist unterwegs. Wir müssen darauf achten, dass genug Panzer verbleiben, um durch Arnheim zu kommen. Oh, die Eskorte. Ich hasse Eskorte. General, Colonel Wendeler möchte Sie sprechen. General, die Guards tun alles, um nach Arnheim durchzukommen. Aber dafür brauchen wir Ihre Feuerunterstützung. Und wenn Sie das schaffen, können Sie sich für den Rest des Krieges freigeträgt bei uns abholen. Na super. Einheiten, Hurricane, Jagdbomber. Okay. Das ist gut. Die brauchen wir auch. Die entwickeln wir auch sofort weiter. Wir werden erst mal hier... Die wollen jetzt da rüber. Okay. Die brauchen also auf jeden Fall... Ah. Flack. Ihr Hauptquartier. Neue Einschränkung.